Dann fließt er als auch Blut. Bleib bei mir! Bleib bei mir! Tut mir leid. Das haben Ihre Leute nicht verdient. Wir haben es so gewählt. Unseren Weg. Es war noch nie einfach. Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Trinity wird nicht aufhören, oder? Das bezweifle ich. Die haben viele Ressourcen. Und der Atlas? Er ist eine antike Karte der alten Stadt. Aber die werden ihn nicht im Turm finden. Viele meiner Leute leben in diesen Ruinen. Sie sind nicht auf das vorbereitet, was kommt. Ich kann helfen, Jacob. Tun Sie das für uns? Oder für das, was Sie suchen? Im Moment ist das ein und dasselbe. Sobald ich die Verletzten versorgt habe, bringe ich Verstärkung mit. Ja? Was ist? Wir sind übel dran, Jacob. Der Angriff hat alles verwüstet und wir können niemanden zur Akropolis schicken. Ich weiß. Ich kümmere mich um die Verletzten. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Danach trommeln wir alle zusammen, die noch kämpfen können. Vier hält sie auf, was wir eintreffen. Ich bete, dass du recht hast. Ich schicke einen Läufer, wenn wir soweit sind. Nimm die Schuhe. Ich brauche... Ich brauche frische Luft. Bleib hier. Schaff mir ja nicht an. In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Ich bin froh, dass ich hier bin. Was hat der Arzt gesagt? Gerade so. Ich kann das Bein nicht retten. Die Wunde ist zu schwer. Was? Was sagst du? Du hattest Glück. Wenn sie durchgegangen wären, wärst du verblutet. Glück? Verdammt, tut das weh! Es wird wehtun, egal was du sie machst. Ich muss kurzwasser. Ich bin unfassbar. Verstehst du mich? Wo ist dein Vater? Warum holt er einen Assistenten? Kugel aus Meer raus! Ich muss zuerst beider warten. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Gut, jetzt kurz ruhig. Ich muss die Atmen. 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 Großartig. Großartig. Ich muss die Atmen. Ich muss die Atmen. Mit der Atmen. Mit der anderen Spude kann ich das Floß näher zur Insel ziehen. Ich muss die Atmen. 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Eine Reliquienkiste. Sie wurde verwendet, um Reliquien der Heiligen aufzubewahren. Zum Beispiel Zähne, Finger oder sogar den ganzen Kopf. Scheint eine Reliquie des Propheten zu sein. Sie ist leer. Der Hof ist klar. Was sollen wir mit diesen Gefangenen machen? Erlebt sie! Nicht schießen! Ausschwärmen und Bereich durchkämpfen. Alles töten, was sich noch bewegt. Und nimm die Messer, wenn es geht. Wir müssen Munition sparen. Stichwurst decودiert. Tschüss! Dann geht's gut! UnwissERO kocht! Also geht's um,어 zu Paradise. Du vermisst das nicht. ALLER-VDEM Euer, ein paar daughter-blozicated Erfahrerbuch! Alher an Knitter. Was ist das? Lass uns! Oh, oh, oh. Oh, come on. Wow. 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 Oh. 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 Hey, hey, langsam. Diese Mistkerle sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Ahnung. Ich töte alles, was sich bewegt. Geht's langsam. Aufhalten. Oh. Oh. Okay, mein Schwein. Ich verrate euch gar nichts. Weißt du, ich glaube dir. Darum werden wir dich weiter prüfen, bis du aufhörst zu atmen. So, weiß der Nächste, den ich nach dem Atlas frage, dass ich es ernst meine. Gutes Argument. Gutes Argument. Wenn dir schlecht wird, dreh dich einfach zur Wand rum. Ich gebe zu, das liegt mir. Fragen halten nur unnötig auf. Wie geht's? Ich geh zu, die die abstecherunen bei dir. Schuss. Und dann bin ich zu dir. you're feiglinge. hat. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die Übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Das wird schon wieder. Mir geht's gut. Ich komm klar. Wir müssen die anderen in Sicherheit bringen. Nur atmen. Wir bringen dich hier weg. Halt durch. Es ist sonst von da drüben versperrt. Es muss doch einen Weg hier rausgehen. Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Die Katakomben. Da sind wir sicher. Eine Art Waffenlager. Das sollte gehen. Ein alter Hirschtalisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Weg von der Tür! Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erst mal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Jetzt kann ich es lesen. Und es deutet irgendwo hin. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Ich bin, ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen, aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Und die Fliegenpilze, die ihr angetanet habt. Sarah, ich bin hier. Aber wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie zu mit dieser Aufmerksamkeit auf sich. Irgendwie! Das erledige ich. Das kann ich. Ich bin hier. Ich bin hier! Oh, oh! Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Miskau! Werfen alle die Granate! Jakob! Sieht aus, als hätten wir die Oberhand! Sie sind hier! Geschirft! Lara, bist du da? Creati überrennt den Turm! Wir sitzen unten in den Katakomben fest! Verdammt! Haltet durch! Schon unterwegs! Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. Wir sind hier! 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 Unsere tête! Wir sind hier! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 sie sind weg ich fürchte dieser kampf ist längst nicht vorbei erzählen sie mir mehr über diesen ort das haben sie verdient kommen sie mit vor langer zeit brachte unser prophet die göttliche quelle in dieses tal meine vorfahren bauten kitesch um sie vor der außenwelt zu schützen wozu denn was ist die göttliche quelle jacob ein artefakt aus längst vergessenen zeiten wir glauben darin ist einfach mit der seele gottes der legende nach erhielten jene die die quelle erblickten die unsterblichkeit aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer macht sie wollen ihre dunkleid über die welt bringen mit der quelle wären ihre soldaten unbesiegbar helfen sie mir sie zu finden bevor sie es tun das ist nicht ihre bürde doch natürlich mein vater ist dafür gestorben sie können ihre innere lehre nicht füllen sie können sie nur freigeben ich werde sie finden mit oder ohne hilfe warte so viel lass mich gehen ich muss tun was ich kann du hast blut für uns vergossen ich will dir helfen du weißt wo der atlas ist die kathedrale die unterirdischen archiven aber dahin folgen wir nicht wieso das finde ich dort die unsterblichen sie töten jeden eindringling mein vater glaubt sie werden schöne die stadt darauf kann ich nicht warten ich weiß nimm das damit schaffst du es zur kathedrale nicht ned nicht dass Was ist das? 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 Was ist das?